Umgefallen. Und? Scheiße. Schieße. Umgefallen. Scheiße. Schieße. 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 Wahnsinn. Schieße. 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 Und dann auf die anderen Tore. Oder ich schieße von dieser Ecke bis zu die andere Ecke. Und dann schieße ich erst nach draußen. Oh, jetzt seht ihr. Ich mal eine Ecke bis zu die ganz andere Ecke. Das ist schön. Das ist versteckt. Heute Abend kommt. Was ist denn überhaupt gebraucht? Lieb. Lieb. Ja, jetzt hast du ein Brot. Braucht Brot? Mhm. Mhm.. Ja, jetzt hab ich den ein Brot. Ja, ich bin ein Brot. Ach, ich bin ein Brot. Ja, jetzt hab ich die Brot. Ja, jetzt hab ich den Brot. Die sind hier. 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 Aber, wie sieht das? Wie sieht das? Wie sieht das? Wie sieht das? Ah. Ahhhh! Die Pizzeria Vesuvio präsentiert die nächsten Auswechslungen. Drei auf einen Streich bei den Gästen aus Leverkusen. Es hält verletzt mit der drei Merkulis, Kakuta, Nur, mit der neun Assis Buedus und mit der 15 Levin Mete Pestudali. Jetzt neu auf dem Feld. Mit der 11. Marke Brasnic, mit der 13. Maximilian Wagener und mit der 18. Lukas Vodbach. Die Pizzeria Vodbach. Der war nicht dazu, er da war schweiflich. Der hat da von mir. Nee, der hat da einmal einen Test gekauft.